So geht es hier bei Digital X 2022. Es gibt viel zu viele interessante Sachen zu sehen und unsere Speaker und unsere Gäste, die verschwinden auf einmal und wir suchen sie, weil sie wahrscheinlich auch so wie ich natürlich sehr interessiert sind, was hier alles passiert. Aber jetzt in einer Minute wird er kommen, also wir müssten ein bisschen gedulden und dann sind wir gleich soweit. Er kommt! Er kommt! Super! Ich hatte gedacht, lieber Wetten, dass du überziehst immer. Ja, aber hier bin ich in meiner schweißerischen Form. Viel Erfolg! Die Bühne ist für Sie! 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 Die Bühne ist für Sie!